Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Der 3.2.2017 ist heute und ganz gruss auf mein Notizzettel, sprich das digitale Ding, da was vor mir steht, habe ich Freitag geschrieben. Heute ist Freitag, genau. Besten Dank an den Codestupser, der mich als erstes darauf aufmerksam gemacht hat. Gestern war nicht Mittwoch und peinlicherweise auch nicht Dienstag, wie dann unser lieber Social-Media-Mann dann noch via Twitter vertwittert hat. War keine Anspielung auf die Nennung des falschen Tages, sondern einfach ein witziger Zufall, den wir fabriziert haben. Aber ja, eigentlich wollten wir ja nur testen, wie fit ihr eigentlich schon um morgen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uhr seid, wenn auch ihr immer den Geek Talk hört. Ja, dann wollen wir doch mal ganz kurz durch die Themen gehen. Ich habe heute ein paar wenige Themen. Amazon Flughafen, Apple Watch, Cody 17, Blackberry und Amazon Gewinn. Ja, 1,5 Milliarden Dollar soll das Teil wert sein, was Amazon bauen will. Sprich, ich spreche von einem Flughafen. Vor kurzem haben sie sich ja mit Amazon Prime Air eine Fluglinie gekauft, sprich einfach Flugzeuge geliest. 16 Stück von den 40 haben sie schon in dem Sinn. 40 sollen es, wie gesagt, werden. Und da will man sich halt eben ein kleines Netzwerk aufbauen, um Gadgets, also Pakete von A nach B zu transportieren. Es geht da wahrscheinlich vor allem um den Transport zwischen den einzelnen Lagern, die sie haben, also inländische und so weiter. Und Amazon ist ja sonst auch ganz fleissig, was das anbelangt. Sprich, sie möchten sich ein bisschen weniger abhängig von FedEx und wie die anderen auch immer so heißen, machen. Und da haben sie ja zum Beispiel in Deutschland schon erste eigene Auslieferungsmöglichkeiten, sprich eigene Transportunternehmen, die das Ganze zum Kunden bringen, zumindest die Prime-Geschichten. In Amerika haben sie auch eine LKW-Flotte, welche über 4000 LKWs geht. Und ja, Drohnen sind ja in Planung etc. oder besser gesagt im Test und so weiter und so fort. Also ich denke, da werden wir noch einiges sehen, wie Amazon nächstens ihre Pakete zu den Kunden bringen wird. Dann gehen wir rüber zur Apple Watch. Ja, diese lieben Statistiken und Schätzungen. Ich freue mich ja jedes Mal darüber, vor allem über die Leute, die denken oder sagen, sie wissen ganz genau, wie viele iPhones und wie viele Apple Watches Apple verkauft. Da gibt es eben, wie gesagt, wieder mal eine Erhebung und laut der verkauft Apple im letzten Quartal so viele Smartwatches wie alle anderen Hersteller zusammen. Also hier scheint sich ein bisschen das Blatt gewendet zu haben. Samsung hat einen leichten Rückgang, Apple dafür ein ziemlich starker Anstieg und sie sollen schätzungsweise 5,1 Millionen, 5,2 Millionen Watches verkauft haben. Und ja, auf dem Platz 2 liegt dann Samsung mit 800.000 Modellen und so weiter und so fort geht es dann ziemlich schnell runter. Aber eben, Schätzungen immer. Und ja, solche Schätzungen gibt es auch, was das iPhone anbelangt. Sprich besser gesagt, die Smartphone-Reihe von Apple im Vergleich zu Samsung. Denn Apple soll, wir hatten ja kurz diese Woche schon mal die ganzen Zahlen zu Apples letzten Quartal und da haben jetzt findige Statistiker ein bisschen rumgerechnet und gewerkelt und wollen herausgefunden haben, dass Apple wieder mehr Smartphones verkauft hat als der Konkurrent, den sie in den letzten Jahren geschlagen hat, Samsung. Wäre natürlich wieder mal etwas Heftiges mit quasi einer Reihe so viele Smartphones auszustechen. Aber ja. Media Center, entweder hat man da Plex oder Kodi im Einsatz oder gibt es da noch mehr? Ich denke, da könnte man wieder mal was dazu schreiben im Pogipsi.ch-Blog. Gibt es nächstens auch wieder was? Aber ja, zu Kodi. Die haben jetzt die Final rausgehauen von der Version 17. Krypton, wie sich das Ganze nennt. Wer schon vorab testen möchte, Kodi 18 mit dem Codenamen Laila kann mittlerweile schon angetestet werden. Was das alles Neues kann, wie gesagt, dazu machen wir dann mal einen Beitrag, einen ausführlicheren Beitrag bei uns im Pogipsi.ch-Blog. Wer auf dieses System setzt, sollte sich unbedingt die neueste Version laden. Macht definitiv Sinn und vor allem auch Spass. Ob das nächste Thema auch Spass macht, das werden wir noch sehen. Dass die noch da sind, das wundert mich ja immer wieder, weil wir haben sie schon mehrfach tot gesagt und irgendwie dachte ich auch, sie sind einen wirklich ganz weg, aber irgendwie anscheinend doch nicht. BlackBerry, die möchten oder besser gesagt, die möchten, die werden an der MVC, also an der Mobile World Congress in Barcelona, ein neues Android-Smartphone vorstellen. Und wie man auf dem kleinen Teaser-Bildchen sieht, oder besser gesagt, wir verlinken das Ganze, könnt ihr euch natürlich anschauen. Auf daily.geektalk.ch ist der Link hinterlegt. Da seht ihr ein Foto, das soll ein relativ hohes Teil sein, sprich viel Display und untendran wieder Tastatur, also quasi back to the roots. Ob das es bringen wird, wir werden es sehen. Ich bin mal gespannt. So wie es ausschaut, werde ich am MVC sein. Ich weiss noch nicht genau wie lang, aber nach Möglichkeit werde ich mir das Teil natürlich mal anschauen. Und dann kommen wir nochmals kurz zurück zu Amazon. Die haben eben nicht nur Flughafen vorzubauen und Flugzeuge gekauft und so weiter, die haben im letzten Quartal auch wieder deutlich zugelegt. Also der Gewinn ist um 55% gestiegen. Was nicht ganz so gestiegen ist, ist der Umsatz. Da hätten Analysten und wahrscheinlich auch die Investoren mit ein bisschen mehr gerechnet. Deshalb ist die Aktie dann auch nicht unbedingt nach oben gegangen. Aber mal schauen. Amazon hat ja doch jetzt mittlerweile den Wendepunkt gefunden und sprich ist jetzt auf einem guten Kurs. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen auch nicht ändern. Und die werden da noch einiges bewirken, was das anbelangt. Das war es eigentlich schon wieder. Heute ein paar weniger kurzere Themen. Es war mein letzter Tag in dieser Woche. Nächste Woche dürft ihr euch wieder freuen, wenn der Achim für euch da ist und euch die ganzen Neuigkeiten bringt. Und bis dahin kann ich euch oder können wir euch nur ein wunderschönes Wochenende wünschen. Hört mal in den grossen Geek Talk rein. Da haben wir neben den Newsfolgen auch noch diverse andere Kategorien. Und ja, folgt uns auf Twitter, Facebook, wie ihr mögt. Euer Pogipsi, ein schönes Wochenende und bis in drei Wochen wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.